Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorstellung eines Limited Edition Displays. Heute Run Gamma Ray Ghouls. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier zur Geltung kommen. Die metallisch schimmernden Effekte kombiniert mit diesen für mich affengeilen Farben ist einfach der pure Wahnsinn. Man kann sich natürlich jetzt streiten, was diesen Schriftzug angeht. Irgendwie gehört das zu dieser NASA Horror-Serie dazu. Die Art und Weise, wie hier diese Asteroiden implementiert wurden, im Vergleich zu den anderen, damit es nicht so aufgeklebt wirkt, 1A. Diese matten Flächen, ein wunderbares Motiv mit ganz tollen Farben und tollen Schimmereffekten. Sei es hier in den Augen der toten Köpfe, diese lidernden, glänzenden Effekte. Hier der matze Komet, der dann übergeht in die 3D-Strukturen der Figuren. Dann rüber in diesen explodierenden Kern, der bei Sonnenlicht richtig schön glitzert. Das soll es gewesen sein an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.